hey leute mir ist voll langweilig ich gucke gleich catfish kennt ihr diesen film das läuft immer auf nickname voll cool und ja ich gucke das gleich jetzt gerade läuft skins und ja das auch voll cool aber ich mag das nicht ich mache lieber das unnötige video wie ihr hier hört und so weiter und yay